...hat ein Geruch von Finanzfaschismus und deswegen müssen wir gemeinsam Flacke zeigen. Wie konnte es dazu kommen, was 1933 und folgende Jahre passiert ist? Das hat uns in Ost und West beschäftigt. Und die einen, die haben gesagt, naja, die Leute, die waren damals einfach der Bessel-Plaid. Dann gab es einen Film, der im Fernsehen gezeigt worden ist, wo sie sagten, der Hitler, der hat damals die Menschen verführt. Und ich will euch eines sagen, heute, so viele Jahre danach, heute begreifen wir das System besser wie alles andere, wie das damals möglich war. Denn die Mechanismen, die wir damals hatten, die sind heute ähnlich strukturiert. Und darüber werde ich jetzt erzählen. Also, klare Ansage, da stellt sich der Hitlerheld in einer Rede und er schimpft darüber, dass alle Parteien dasselbe Ziel verfolgen. Für das große Kapital kommt euch das bekannt vor. Er sagt, schaut euch die Medien an.